Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 1. Sorry für diese lange Pause, Leute, aber es geht jetzt weiter. Ich hatte wegen, aus privaten Gründen, beziehungsweise aus schulischen Gründen, kaum Zeit aufzunehmen und... Ich hab komplett vergessen, wo wir... naja, okay, komplett nicht, aber... Wo ist das hier, was war? Da war ein Buch. Sammelmappe. Ja, wie schön, dass ich so lesefaul bin. Die meisten handeln von Biologie und Chemie. Das ist ja schön. Das sieht cheaper aus, ne? Achso, der Gastkommentar ist übrigens dabei. Danke. So, hast du einfach drauf gewartet, soll ich das sagen? Ja. Ernsthaft? Ja. Oh mein Gott. Ich höre bitte rum. Danke. Sehr nett von Ihnen, Herr Zombie. Boah, eine Tür. Oh mein Gott. War hier hinten noch was? Ja, hier war noch eine Tür. Ja, keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht aus. Aber du hast Bild, oder? Ja, Bild habe ich, klar. Ja, gut, gut, gut. Äh. Eine Bücherei. Viele Bücher. Hm, das hat eine Bücherei so an sich. Die wurden schon lange nicht mehr benutzt. Schultz. Schultz. Warum rülpst du eigentlich mal meinen Aufnahmen? Hm, schieb mir das auf. Moment mal, das sieht irgendwie schiebbar aus. Ne, leider nicht. Äh, was ist das? Da ich entschuldige, möchten Sie mit Täti... Hä? Da musst du was draufschieben, das sieht hier, der Blinde. Guck mal, ob da irgendwas steht. Ja, Moment. Hm. Ja, gut, so viel zum Thema schieben. Schieben, 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 schieben. I like to schieb it, schieb it, I like to schieb it, schieb it. So, Mom. Drei Stunden später. Ich würde ja gar nicht schnell... Ich fette das Regal da bewegst jetzt, ja. Das sah so komisch aus, als ob man das... ...dass ich da was machen könnte. Ein Schreibtisch. Da wollte ich auch gerne arbeiten. Yay. Da würde ich mich verstecken, wenn sie überall Zombies wären. Dann... Ich würde mir da genug Essen zu trinken in den Link, PC. Dann könnte man da erstmal genug... ...MU-Diskette. Okay. Wie sieht unsere Gesundheit aus? Okay, ja gut. Ich würde jetzt gerne Safe-Room finden, um die Shotgun abzulegen. Und die Magnum-Schusse. Dann mach dich mal auf die Suche. Nach einem Safe-Room. Ja, das werde ich auch direkt machen. Meine Güte, immer diese Held... Diese Kritiker... Oh, nein. Wie dumm ist das eigentlich? Du schiebst den Schrank und die Zombies sind trotzdem wieder. Also der Schrank steht da wieder direkt. Und wenn ich jetzt erst mal rausgeschickt, der erzähle ich nicht. Das ist komisch, ja. Der Raum ist so ruhig, hier ist keine Musik. Von hier auf kann ich den Hof vorblicken. Ein Helikopterplatz. Vielleicht kann ich die anderen von dort erreichen. Ich hab irgendwie das Gefühl, als ob jetzt hier jemand reinspringt. Da liegt doch was auf dem Tisch, oder? Ob schon, was ist das? Ein Magazin. Achtung jetzt. Buh. Oh mein Gott. Ein Farbbansch. Also hier lag nur das Magazin drin. Also keiner außer Nemesis kann da durchspringen. Ja, und Wesker. Aber der ist ja noch nicht böse. Das hätte er jetzt gewählt. Kein guter... Was soll ich sagen? Zusammenhang mit Wesker da jetzt durchspringen würde. Die Musik hat schon wieder aufgehört. Wie gesagt, jetzt ist es schon lange her, dass wir aufgenommen haben. Und ich bin auch das letzte Mal durchgerusht. Lad mal die Parts hoch. Du hast am Anfang gesagt, ja, lange Pause und so. Du hast die letzten Parts mal gar nicht hochgeladen. Das stimmt. Oh mein Gott, nee. Hier ist gar nichts. Sackgasse. Aufzug. Sagst du mir, wie lange wir aufnehmen, ma? Während der Zeit. Äh. Ich habe keine Ahnung, wir haben wir jetzt aufnehmen. Wie lange willst du aufnehmen? 20 Minuten? Ja. Machen wir zwei oder einen Part. Ich schätze, wir sind jetzt noch bei 7, 8. Okay. Dann kommt wieder so eine komische Musik. Das sieht komisch aus. Da kamen Geräusche raus. So ein Zombie-Geräusch kam mir raus. Oder war es bei dir im Hintergrund gerade? Nee, bei mir im Hintergrund kann nichts sein. Also, ich drehe mich mal um. Nee, da steht kein Zombie. Okay. Wo sind wir denn hier? Lol. Ach, hier führt der denn hin? Alles klar. Weiß noch, wo das war. Das war am Anfang der Raum, wo die Schandtür ist verschlossen. Von der anderen Seite verriegelt. Ach, hier. Anscheinend hält der Aufzug nicht auf dieser Etage, das ist klar. Wer baut einen Aufzug und der Aufzug hält er nicht? Das ist komisch. Ich hoffe, ich speichere mal. Hättest ja fast deinen Spielstand überspeichert. Hm, das wäre ärgerlich geworden, ne? Ja. Ich speichere euch aber auch immer mit F1, 2, 3, 4 und 5. Äh, Entschuldigung, mit 6, 7, 8, 9 und 10. Ich speichere mal mit mehreren Tasten. Um zu verhindern, falsch mal überspeichere, dass ich nur 10 Minuten oder 20 Minuten spielen muss, anstatt das komplett nachvollziehen. Was du eigentlich auch machen solltest mal bei Turo. Ja, das mache ich in Zukunft. Wurde ich gerade die Face machen, oder hast du das? Ich wurde nicht angeschrieben. Dann wurde ich wohl angeschrieben. Ich müsste Facebook offline gehen, wenn ich aufnehme. Hier konnte ich rein, oder? Ja. Kann man hier nicht rein? Guck mal, der Zunge, wie doof der ist. Was haben wir hier noch alles? Eine Tür? Scheiße. Nein, ganz schlauer. Okay, lass mal hier rein. Was haben wir hier? Scheiße. Hm, lecker. Wie scheiße. Was bist du denn eigentlich schon wieder am Essen? Das ist komplett. Oh mein Gott, lol. Reuter. Ich habe keinen Platz mehr, ne? Dann nutze ich mal eins. Toll, das bringt dir was. Ja, wieso? Aber wegen ist ja voll Leben. Ich wurde angebissen, der kann mich jetzt mal. Und ich kombinier mal eben. Weißt du was? Ich warte ein bisschen auf den Knall ab. Weil, ich brauche nur zwei Schüsse für den, oder drei, oder vier, oder fünf. Aber der ist jetzt für immer tot. Ansonsten hätte er gleich wieder 15 Schüsse gebrauchen, wieso er tot wäre. Essen. Oh mein Gott, guck mal. Steaks. Ich habe Hunger. Hm, lecker. Was gibt es cooleres im Urlaub? Gastkommentator zu sein und zu essen. Nicht zu failen bei seinen LPs. Sie ist fest verschlossen. Ich habe den Zombie getrollt. Lol, wo kommt der her? Der Wex erlebte ja noch. Alter. Hast du gar gesehen, wie lange der überlebt hat? Mhm. Krass, ne? Mhm. Etwas heiß. Etwas heiß? Mhm. Tja. Was passiert, ne? Wo wird es denn hier jetzt wieder? Oh mein Gott, Waffenkammer. Wow. Und ich habe nichts. Oh mein Gott. Oh, das ist... Haha. Ja, das hättest du das Krautnischen nehmen sollen dann. Eine Batterie. Jetzt kann ich den Aufzug im Hof im Betrieb sitzen. Wer ist denn Aufzug im Hof? Wer ist denn Aufzug im Hof? Ach der! Ach nein, jetzt bin ich ganz weit zurück. Such erstmal eine Säfung. Ich kann ihn noch nicht mal benutzen. Wie schwul ist das? Ich kann einen Kraut nicht benutzen. Oh Mann. Mom, ich lasse mich mal kurz beißen. Ne, such erst einen Safe-Room. Der Safe-Room ist voll weit weg. Danke sehr. Ja, und was machst du mit den Schrollflinten-Patronen? Die nehme ich dann mit und verkombine die direkt mit der Schrollflinte erstmal. Die Batterie lässt schon liegen. Die hole ich später. Ich will die Munition haben, dann kannst du schon mal ablegen. Ach, jetzt verstehe ich deine Logik. Zumindest könnte ich jetzt die Batterie mitnehmen, aber wohl ne, ich werde so die Schott kam mit. So, Safe-Room wollten wir rein. Hm. Hättest du dein Kraut auch nicht nehmen müssen jetzt? Ist doch egal. Hier waren wir überall, jetzt waren wir auch nach oben. Das war taktisch nicht so klug. Wie lange nehmen wir auf? Kein Plan. Stell dir bitte zur Ruhe. Also, vor sieben Minuten hieß es sieben Minuten und jetzt noch ein bisschen mehr als zehn. Ach ja? Na, egal. Ich kann ja sowieso so lange hoch. Ich würde noch fünf Minuten müssen wir aufnehmen. Theoretisch könnte ich ja auch um 35 Minuten machen, also ist ja gerade egal. Ja, aber wer guckt so lange? Das ist eine andere Frage. Oh mein Gott, lol, ich höre es. Ach, du höre es hier gar nicht. Hm, hm. Scheiße. Oh mein Gott, das ist eine Sack. Wo ist denn hier der nächste Safe-Room? Den Zombie würde ich mir merken. Boah. Knall ihn ab. Doof ist. Hier konnte ich da hin. Boah. Boah, wie schrocken, Mann. Hm, hm, hm. Die Schocker-Munni. Hm. Soll ich wieder eins und schuss bitte für die Shotgun? Ja, besser als nix. Jetzt noch ein, so ein Shotgun-Ding hinzu, dann habe ich wieder, uah. Fuck, Mann. Fuck, Mann. Nee, ich möchte nicht hinaufklettern, ich möchte unten bleiben. Mann, Mann, Mann. Soll ich mich denn hier? Oh mein Gott, ich komme nicht mehr hoch. Ich weiß, wo ich lang muss. Weißt du was, das Spiel kam, ich mal. Oh mein Gott. Hier war der letzte Safe-State. Was ist das? Oh mein Gott. Ich mache mal kurz einen Cut, wir sehen uns gleich wieder. Also, nee, ich beende den Part, sagen wir es mal so. Wir sehen uns gleich wieder, Ciao, im nächsten Part. Tschüss.